Franziska Rabel ist ausgebildete Sängerin. Schon im vergangenen Frühjahr ging die Zahl ihrer Auftritte auf null runter, wie bei vielen freischaffenden KünstlerInnen. Derzeit hat sie nicht mehr als ein paar Engagements in Gottesdiensten nicht genug zum Leben. Wie hält sie sich fit? Ich mache so ein Grundtraining, um die Stimme geschmeidig zu halten. Es ist ein Muskeltraining. Aber ohne viel Perspektive ist es auch schwierig, sich zu motivieren. Aufstehen für die Kunst heißt die Initiative, die jetzt den Druck auf die Staatsregierung erhöhen will, um die Öffnung von Kultureinrichtungen zeitgleich mit dem Einzelhandel zu erreichen. Ihr Argument? Das Totalverbot jeglicher Kulturveranstaltungen ist verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen. Die Kultur steht mit anderen besonders geschützten Grundrechten auf einer Stufe, zum Beispiel die Demonstrationsfreiheit und auch die Religionsfreiheit. Die Kunstfreiheit dürfe nur eingeschränkt werden, etwa wenn eine gesundheitliche Gefahr von einer Kulturveranstaltung ausgehe. Tue sie aber nicht, wenn Hygienekonzepte und Kapazitätseinschränkungen beachtet würden, meint Hertel und verweist auf zahlreiche Studien. Sein Mitstreiter Christian Gerhacher sagt, Kulturveranstaltungen seien nicht vergleichbar mit Bordellen, Nagelstudios oder Freizeitbädern. Es ist ein systemisches Versagen, die Kultur in eine solche Ecke zu stellen, die Kultur und die Künste so misszuverstehen. Es ist eigentlich, muss man sagen, unentschuldbar. Es ist ein Skandal, dass so etwas passiert ist. Sängerin Franziska Rabel arbeitet inzwischen wieder in ihrem Studentenjob. 30 Stunden die Woche als Abendsekretärin in einer Kanzlei. Damit kann sie ihre Rechnungen und die Sozialversicherungen bezahlen.